Zwischen 2012 und 2016 geschehen einige unglaubliche Vorfälle in Krugersdorp, einer kleinen Stadt in Südafrika ganz in der Nähe von Johannesburg. Dieser Fall kommt aus einer ganz anderen Region als die Fälle, die ich üblicherweise vorstelle. Lasst mir einfach einen Kommentar da, ob ihr hin und wieder auch mal unbekannte Fälle sehen wollt, die nicht aus dem Raum Asien sind. Der Schwerpunkt des Kanals wird natürlich weiter auf Fällen aus dem Raum Asien sein, aber ich möchte euch so unglaubliche Fälle wie zum Beispiel den Krugersdorp-Fall nicht vorenthalten, nur weil er anderswo stattgefunden hat. Also schreibt mir einfach, ob ihr das auch so seht oder nicht. Bitte lasst auch ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Um das Jahr 2008 herum schließt sich die 31-jährige Cecilia Stein der religiösen Gruppe Overcomers for Christ an. Die Gruppe wird von Ria Grunewald angeführt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, andere Menschen aus den Fängen von okkulten Gruppen zu befreien. Ihr Leitspruch dabei ist, kenne deinen Feind. Cecilia, selbst mit einem Polizisten verheiratet und Mutter von zwei Kindern, hält sich selbst für eine Hexe und ist offenbar für längere Zeit in einen satanischen Kult involviert gewesen, doch sie möchte sich davon lösen und kommt so auf Ria Grunewald und die Overcomers for Christ. In der Gruppe lernt sie Marinda Stein kennen und die beiden freunden sich an. Trotz des gleichen Nachnamens sind die beiden nicht miteinander verwandt. Auch Marindas Kinder sind in der Gruppe und ein weiteres Paar, mit dem Cecilia sich anfreundet, sind der 27-jährige Zach Valentine und seine 23-jährige Frau Michaela. Cecilia ist äußerst involviert in die Gruppe und sie schreibt sogar eine Art Handbuch für einen von Rias Kursen, allerdings nicht unter ihrem eigenen Namen, sondern unter einer ihrer anderen Identitäten. Sie behauptet, verschiedene Persönlichkeiten zu haben. Ria Grunewald nutzt zunächst Cecilias Handbuch, doch eine Weile später entscheidet sie sich für einen neuen Leitfaden für den Kurs. Damit kommt Cecilia nicht besonders gut klar und sie ist sauer, dass Ria nicht mehr das von ihr geschriebene Handbuch verwenden möchte. Es kommt zu schweren Streitigkeiten zwischen den beiden. So kommt Cecilia auf die Idee, gemeinsam mit den Valentine's und mit Marinda Stein die Lehrerin ist, ihre eigene Gruppe zu gründen, die sie Electus Per Deus nennt, was von Gott ausgewählt bedeutet. Cecilia behauptet, übernatürliche Kräfte zu haben und die mächtigste Hexe auf dem ganzen Planeten zu sein. Ihre Geburt sei bereits lange zuvor prophezeit worden und sie sei in der Lage, Astralreisen durchzuführen und einfach von Orten zu verschwinden und wieder zu erscheinen. Ihre Mitglieder stellen keine ihrer Behauptungen infrage und unterstützen sie voll und ganz. Sie nennen sie C, also sie benutzen nur den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens, da sie behauptet, mit der Nennung ihres vollen Namens würden sie Dämonen herbeirufen. Doch ihre eigene Gruppe zu haben reicht Cecilia nicht. Sie möchte den Overcomers for Christ nun bewusst Schaden zufügen. Am 2. Juli 2012, als die Overcomers for Christ ein Treffen abhalten, platziert Cecilias Gruppe einige Sprengsätze an den Autos der Mitglieder, die draußen geparkt sind. Doch plötzlich kommen unerwartet mehr Leute und die Täter müssen sich verstecken und haben keine Gelegenheit mehr, die Sprengsätze anzuzünden. Am 11. Juli haben sie mehr Erfolg und sie schaffen es, einige von ihnen platzierte Sprengsätze an geparkten Autos der Religionsgemeinschaft anzuzünden. Personen kommen dabei nicht zu Schaden, doch Ria Grunewald, die bereits einige Drohnachrichten von Cecilia bekommen hat, bekommt nun eine weitere mit dem Inhalt, Zitat, Ria, wer wird dich nun beschützen? Kurz darauf setzen Cecilias Leute ein christliches Zentrum in Randburg in Brand, in dem die Overcomers for Christ ein- und ausgehen. Auch hier entsteht Sachschaden, doch niemand wird verletzt. Cecilia beginnt in der folgenden Zeit, per SMS, weitere Drohnachrichten an die Mitglieder der Gruppe zu schicken, die eng mit Ria Grunewald in Kontakt sind. Besonders hat sie es auf die 33-jährige Nadacha Burga abgesehen, die in Rias Gruppe sehr aktiv ist. Cecilia beschuldigt sie, ein gefährliches Gebet gesprochen zu haben, das zu dem Tod von 171 Kindern der Satanisten geführt hätte. Dies ist in Wirklichkeit natürlich nicht der Fall, doch Cecilia überzeugt die Valentine's davon, dass es so gewesen sei und sie sagt ihnen, dass sie Nadacha umbringen müssen. Um zu üben, besorgen sie sich einige Schweineköpfe und probieren aus, wie stark man mit einem Messer zustechen oder mit einer Axt zuschlagen muss, um das Opfer entsprechend zu verletzen oder zu töten. Am 26. Juli 2012 fahren sie erstmal nach Wierda Park, wo die 63-jährige Joy Boonsire lebt, eine gute Freundin von Nadacha und natürlich ebenfalls ein Mitglied der Overcomers for Christ. Sie dringen in ihre Wohnung ein, bedrohen sie und zwingen sie, eine Nachricht an Nadacha zu schicken mit dem Inhalt, dass sie bei ihr vorbeikommen solle, sobald sie mit der Arbeit fertig ist. Bis sie eintrifft, haben die Valentine's Joy in ihrer Gewalt. Als Nadacha in der Wohnung erscheint, begeht die Gruppe, wie von Cecilia angewiesen, ihre ersten Morde. Sie erstechen Joy und Nadacha und lassen ihre Leichen in der Wohnung zurück. Cecilia ist weder bei dieser noch bei einer der folgenden Taten dabei, aber sie gibt jedes Mal den Auftrag dazu. Bereits kurz danach plant sie ihre nächste Tat, die ihre Anhänger für sie ausführen sollen. Reginald John Edwin Bendixson ist Pastor und bereits im Ruhestand, doch er hält hin und wieder Lesungen für Ria Grunewalds Gruppe und er ist ein guter Freund von ihr. Sie bezeichnet ihn als ihren Mentor und er hat ihr geholfen, den neuen Gesprächsleitfaden für das Seminar Kenne deinen Feind zu schreiben. So schmiedet Electus Perdeus erneut einen Plan und am 13. August 2012 verkleiden Zach Valentine und Marinda Stein sich als Polizisten und klingeln bei Bendixson. Nachdem sie unter einem Vorwand sein Haus betreten haben, attackieren sie ihn mit einer Axt und töten ihn. Marinda, für die es die erste Tat ist, bei der sie dabei ist, ist völlig in Ekstase. Unmittelbar vor dem Mord schickt Cecilia eine anonyme SMS an Grunewald mit der Frage, ob sie sich von Bendixson verabschiedet hätte, woraufhin sie sich sofort bei der Polizei meldet. Doch es ist bereits zu spät, die Polizei kann nur noch Bendixsons Tod feststellen. Dass Cecilia allerdings ein Alibi hat, da sie ja nicht persönlich dabei war, ist es zunächst unklar, wer für den Mord verantwortlich sein könnte und es erfolgen keine Festnahmen. Es ist der Polizei im Prinzip wohl die ganze Zeit lang auch durch Grunewalds Aussagen klar, dass es sich um Taten einer verfeindeten religiösen Gruppe handelt, doch sie haben keine Hinweise auf die Haupttäter und Drahtzieher, da die ganze Gruppe dicht hält und sich auch gegenseitig schützt. Gegenüber Marinda Stein und den Valentines besteht erstmal überhaupt kein Verdacht, da niemand weiß, dass sie überhaupt so eng mit Cecilia befreundet sind und so kann Cecilia ungestört weiter ihre Taten planen. Direkt vor Bendixsons Beerdigung findet Ria Grunewald einen blutigen Brief vor ihrem Haus, auf dem ein Stück eines Organs liegt. In dem Brief steht, Zitat, Das ist alles, was die Hunde dir übrig gelassen haben. Hier hast du dein eigenes Stück von Bendixen. Doch die 23-jährige Michaela, die bei der Tat auf Nadacha und Joy dabei war, hat inzwischen Zweifel bekommen und möchte Electus Perdeus verlassen. Dies ist für Cecilia natürlich ein Risiko und gemeinsam mit Michaelas Mann Zack beginnt sie, den Mord an Michaela zu planen. Am Morgen des 4. Oktober mischt Zack einen Tränk wie Leiser in den Café seiner Frau und geht dann ganz normal zur Arbeit. Marinda hat von Zack den Schlüssel zu seinem Haus bekommen und nachdem er zur Arbeit aufgebrochen ist, bringt Marinda gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter Marcel in das Anwesen ein. Marinda und Marcel attackieren Michaela, die durch den Tränk wie Leiser wieder eingeschlafen ist und sie schlagen mit schweren Gegenständen auf sie ein. Schließlich beginnen sie auch, auf sie einzustechen und töten sie dadurch. Die Electus Perdeus-Mitglieder verehren Cecilia mittlerweile selbst wie eine Göttin. Sie behaupten, sie könne Dinge mit anderen Menschen machen, ohne sie zu berühren. Sie sei die Braut Satans und hätte Satan auch bereits persönlich getroffen. Darüber hinaus könne sie ihren Körper verlassen und überall hinreisen, zum Beispiel auch zum Mond. Sie könne eine Stunde lang unter Wasser überleben und so weiter und so weiter. Offenbar glauben ihre Anhänger dies alles tatsächlich und unterstützen sie deswegen. Allerdings geht Cecilia noch weiter. Während sie durch ihre Astralreisen überall hin, also zum Beispiel auch zum Mond reisen kann, behauptet sie, dass ihr physischer Körper an eine bestimmte Region gebunden sei, da sie ein Vampir sei. Einmal, als sie mit dem Auto in eine andere Provinz unterwegs sind, faked sie eine SMS, die sie angeblich erhalten haben will, in der steht, ich weiß, was du gerade tust. Um nachzuweisen, dass sie ein Vampir ist, hat sie sich auch etwas Besonderes ausgedacht. Sie nimmt sich selbst mit einer Spritze Blut ab und füllt kleine Mengen Blut in mehrere Gummihandschuhe. Dann faked sie vor ihrer Gruppe eine Art Heimsuchung, rollt sich auf dem Boden herum und tut so, als hätte sie Zuckungen in ihren Gliedmaßen. Zuvor hat sie das Blut aus den Gummihandschuhen in den Mund genommen, das sie dabei auf dramatische Weise ausspuckt. Ihre Anhänger sind völlig fasziniert von ihr, doch Cecilia geht noch weiter, um ihre Mitglieder an sich zu binden. Sie denkt sich drei Personen aus, zwei Männer und eine junge Frau, und erzählt Marinda, Marcel und Marindas Sohn Larou, dass diese drei Personen die perfekten Partner für sie seien. Allerdings wären sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch bei den Satanisten, würden aber versuchen, von der Gruppe freizukommen. Solange bis dies geschehen sei, könnten sie mit ihnen per SMS kommunizieren. Cecilia, die mehrere Handys nutzt, ist in Wirklichkeit natürlich selbst diejenige, die die Nachrichten von Marinda und ihren Kindern beantwortet. Als nächstes möchte Cecilia nun Ria Grunewalds Sohn Joshua umbringen lassen und plant die Tat gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern ihrer Gruppe, doch die drei entscheiden sich, diesen Plan doch nicht auszuführen. Ria Grunewald selbst gehört nicht zu den Menschen, die Cecilia umbringen möchte, sondern sie wählt ganz bewusst Personen aus Grunewalds Umfeld aus, um ihnen Schaden zuzufügen oder sie zu töten, um Grunewald dadurch möglichst viele Schmerzen zu bereiten. Doch erstmal geschieht eine ganze Zeit lang nichts, denn electus per deus geht das Geld aus. Zac hat Cecilia bereits alle seine Rücklagen gegeben, in dem Glauben, sie würde sie benötigen, um im Rahmen der Religionsgemeinschaft eine Gruppe für Waisenkinder aufzubauen. Zac selbst hat außerdem inzwischen seine Arbeit als Finanzmakler aufgegeben und sich Geld von seiner Familie geliehen, damit er mehr Zeit für electus per deus hat. Cecilias eigener Mann, der ja bei der Polizei ist, hat in der ganzen Zeit noch nichts von den Machenschaften seiner Frau mitbekommen, zumindest wird er das später behaupten. Er sagt, er wusste lediglich, dass sie eine Religionsgemeinschaft anführt. Cecilia, die natürlich keine Gruppe für Waisenkinder hat, sucht immer noch nach Wegen, um an Geld zu gelangen und plant schließlich weitere Morde. Der 47-jährige John Barnard, ebenfalls Mitglied bei electus per deus, kann seinen Chef Peter Meyer überzeugen, sich mit einigen der Mitglieder zu treffen, unter dem Vorwand, dass es sich um eine geschäftliche Chance für ihn handeln könnte. Am 27. November 2015 fährt Zac mit Marinda und mit ihrer Tochter Marcel, die inzwischen 17 ist, zum Haus von Peter Meyer und seiner Frau. Nach einer Weile bringen sie sie in ihre Gewalt, fesseln sie und verlangen Geld von ihnen, doch die beiden haben fast kein Bargeld zu Hause. Damit haben die Täter nicht gerechnet und sie beginnen, mit Messern auf die Mayas einzustechen und töten schließlich beide. Doch Cecilia hat nun immer noch nicht das Geld, auf das sie aus ist. So kommt sie auf die Idee, sechs tot vorzutäuschen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Um dies in die Wege zu leiten, freundet sich Marindas Sohn Larou mit einem Straßenhändler an, Jared Jackson, den die Gruppe kurz darauf einlädt, mit ihnen in den Free State, die Provinz um Blumfontaine herumzufahren. Für den 18-jährigen Larou, der bei einigen der vorherigen Taten anwesend war, ist dies die erste Tat, bei der er direkt mitwirkt. Eigentlich wollte er dies gar nicht, doch er führt ja immer noch die Beziehung zu dem Mädchen, das angeblich bei den Satanisten ist und ihm von Cecilia am Telefon vorgespielt wird. Cecilia erzählt ihm nun, dass dieses Mädchen von den Satanisten entführt worden sei und dass sie Lösegeld fordern würden. Wenn er nun bei der Tat mitmachen würde, könnte sie danach seine Freundin wieder freikaufen. Am 16. Dezember 2015 macht Jared Jackson sich also gemeinsam mit John Barnard, Marinda und Larou auf den Weg. Sie fahren in zwei Autos. Larou setzt Jared bereits unterwegs unter Drogen und stranguliert ihn dann. In der Nähe des Ortes Reitz platzieren sie sechs Wagen, den sie dabei haben in einem Feld neben der Straße, setzen Jared auf den Fahrersitz und zünden das Auto an. Am nächsten Tag identifiziert Marinda die verbrannte Leiche von Jared als Zach Valentine und Cecilia, die die Hauptbegünstigte in seiner Lebensversicherung ist, beantragt die Versicherungssumme. Doch die Polizei hat Zweifel daran, dass die Leiche im Wagen tatsächlich Zach Valentine ist und stoppt die Auszahlung der Versicherungssumme. Wer der Tote ist, können sie zunächst allerdings auch nicht herausfinden. Cecilia wird von ihnen verhört und sie haben den Eindruck, dass die Frau nicht ehrlich mit ihnen ist. Sie können ihr aber zu dem Zeitpunkt nichts nachweisen. Zach selbst hat sich natürlich ebenfalls auf seinen vermeintlichen Tod vorbereitet. Er hat sich falsche Papiere besorgt und sich unter dem Namen Jacques de Villiers ins Herberghotel in Krugersdorf eingemietet. Dort bleibt er vier Monate. Marinda und ihre Kinder unterhalten immer noch ihre Beziehungen mit den vermeintlichen Satanisten, die sie noch nie gesehen haben und die in Wirklichkeit von Cecilia mittels SMS vorgespielt werden. Allerdings hat Cecilia Marinda ein Foto eines Mannes gegeben, von dem sie behauptet, der Mann zu sein, der ihn nun seit fast zwei Jahren schreibt. Marinda nimmt diese Beziehung sehr ernst, doch Cecilia spielt ihre Macht erneut aus. Als Marinda mit ihr wegen einer Kleinigkeit in Streit gerät, behauptet sie, dass der Mann von den Satanisten getötet worden sei. Marinda regt sich darüber so auf, dass sie ins Krankenhaus muss. Danach mordet die Gruppe weiter wie zuvor. Ihr nächstes Opfer ist der 57-jährige Glenn McGregor, ein Steuerberater aus Randfontaine. Marinda, ihre beiden Kinder Marcel und Larue und Barnard suchen ihn am 27. Januar 2016 zu Hause auf. Nachdem sie ihm eine Schussverletzung zugefügt haben, zwingen sie ihn, 6.000 Rand, etwa 350 Euro, auf Marindas Konto zu übertragen. Nachdem er dies getan hat, erschießen sie ihn. Als nächstes bestellen sie den 67-jährigen Anthony Schofield zu Marinda nach Hause. Er ist ebenfalls Steuerberater und sie zwingen ihn mit Schusswaffen, seine Bankkarten und Pinnummern herauszugeben. Marcel geht direkt mit den Karten zum nächsten Bankautomaten, um die Pinnummern zu überprüfen. Anschließend erschießen sie auch Anthony und lassen seine Leiche in seinem eigenen Auto zurück, das sie auf einem abgelegenen Parkplatz abstellen. Im April 2016 zieht Zach schließlich aus dem Herberghotel aus und zieht in die Kia Kaha Ministries. Mit dem nächsten Opfer, dem 29-jährigen Kevin McAlpin, den sie am 26. Mai zu sich bestellen, gehen sie genauso vor wie mit Anthony. Nachdem Kevin seine Bankkarten ausgehändigt und Marcel die Pinnummer überprüft hat, erschießen sie ihn und lassen ihn ebenfalls in seinem Auto zurück, das sie in einer entfernten Straße abstellen. Die Polizei ermittelt, doch hat noch keine genauen Hinweise auf die Täter. Es gibt einige Augenzeugen, die berichten, dass zwei Männer den Wagen, in dem die Leiche gefunden wurde, in der Straße abgestellt hätten, doch sie haben keine genaue Beschreibung. Nur vier Tage nach dem Mord an Kevin, am 30. Mai, haben sie die 52-jährige Immobilienmarkerin Hanle Lattegan unter dem Vorwand eines Kundengesprächs zu sich bestellt. Ihr ergeht es genau wie den anderen. Nachdem sie ihr ihre Karten geraubt und sie erschossen haben, können sie allerdings nicht herausfinden, wo sie ihr Auto geparkt hat. So fahren sie sie mit Marindas Auto in die Nähe des Friedhofs von Randfontänen und lassen ihre Leiche dort zurück, wo sie am nächsten Morgen von einigen Kindern gefunden wird, die sofort einen Autofahrer anhalten, der die Polizei ruft. Die Polizei kann Lattegans Auto schnell ausfindig machen, es steht am Krankenhaus von Krugersdorf und sie beginnt, die nähere Umgebung um den Parkplatz herum zu überprüfen. Sie stellt ebenfalls fest, dass an diesem Tag bereits eine Abhebung von Lattegans Konto stattgefunden hat. Dadurch kommt die Polizei endlich den Tätern auf die Spur und Marinda, ihre beiden Kinder, John Barnard und Cecilia werden kurz darauf festgenommen. Auch Zach wird schließlich in den Kiakaha Ministries aufgespürt und verhaftet. Im Prozess gegen die ganzen Täter sagt natürlich auch Ria Grunewald aus, und zwar, dass Cecilia ein Werwolf sei und dass sie selbst gesehen hätte, wie im Mondlicht ihre Reißzähne wachsen würden. Cecilia hätte ihr davon berichtet, dass sie bereits früher, als sie bei den Satanisten war, mehrere Morde begangen und sogar einmal ein Baby umgebracht hätte. Cecilia bestreitet dies allerdings und wirkliche Nachweise dafür gibt es auch nicht. So werden nur die elf Morde, die nachweislich ihre Gruppe Elektros per Deus für sie begangen hat, verhandelt, sowie eine ganze Reihe von Sachbeschädigungen und Brandstiftungen, zum Beispiel in Kirchen, die sie im gleichen Zeitraum ebenfalls begangen haben. Grunewald behauptet, dass die Gruppe ihr Handy gehackt haben muss, da sie über jede ihrer Handlungen informiert gewesen seien. Zum damaligen Zeitpunkt wäre sie jedoch in dem Glauben gewesen, dass Satanisten sie beobachten würden. Eines Tages, als Cecilia noch ihrer Gruppe angehörte und bevor sie Elektros per Deus gründete, hätte Grunewald einen Anruf einer Frau bekommen, die ihr nahegelegt hätte, sich von Cecilia abzuwenden, um ihr eigenes Leben zu retten. Kurz danach kommt es dann zu dem Streit zwischen Cecilia und Grunewald wegen dem Handbuch zum Kenne deinen Feind Seminar. In diesem Rahmen hätte Cecilia Grunewald dann auch mitgeteilt, dass sie sich mit Satan getroffen hätte. Cecilia selbst streitet vor Gericht alle Vorwürfe ab und sagt, sie hätte niemals jemanden zu einem Mord beauftragt. Vor Gericht behauptet Marinda, dass ihre Tochter Marcel bei keiner der Taten anwesend gewesen sei. Stattdessen hätte sie ihren Sohn Larue dabei gehabt. Auch Marcel selbst streitet jede Tatbeteiligung ab, sie will von den Taten noch nicht mal gewusst haben. Dies wiederum wird allerdings von Larue abgestritten. Er sagt, Marcel wäre sehr wohl an den Tatorten gewesen und hätte ihrer Mutter auch geholfen. Daraufhin antwortet Marinda, dass Larue es seiner Schwester nicht gönnen würde, ein Leben in Freiheit zu haben, während er selbst verurteilt werden würde. Am Ende bekommen jedoch alle von ihnen Gefängnisstrafen. Larue war laut der Ermittlung bei sieben der Taten anwesend oder direkt beteiligt und bekommt 35 Jahre Gefängnis, doch zehn Jahre werden ihm direkt abgezogen, da er umfangreiche Aussagen gemacht hat. Marcel hingegen die ja zu Beginn noch minderjährig war und von ihrer Mutter in die Sache hineingezogen wurde, bekommt siebenmal lebenslänglich für die Morde plus zusätzlich 144 Jahre Gefängnis für die anderen Straftaten, in die die Gruppe verwickelt war. Zeck Valentine erhält 8 Mal lebenslänglich plus 93 Jahre Gefängnis. Marinda erhält für die Morde eine Gesamtfreiheitsstrafe von 390 Jahren anstelle von 11 Mal lebenslänglich plus 115 Jahre für die anderen Straftaten. Cecilia Stein, allgemein als die Hauptratseherin angesehen, bekommt 13 Mal lebenslänglich plus 155 Jahre Gefängnis. John Barnard wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sowohl Barnard als auch Larue bekommen vergleichsweise geringe Strafen, da sie als einzige wirklich umfangreiche Aussagen zum Geschehen gemacht haben. Alle anderen Angeklagten leugnen ihre Tatbeteiligung oder räumen nur einzelne Taten ein oder sie haben die Aussage wie in Marcells Fall komplett verweigert. Mindestens zwei weitere junge Männer, die mit Elektrosperdeus zu tun hatten, werden ebenfalls zu Gefängnisstrafen verurteilt. Natürlich ist es sehr merkwürdig, dass trotz der Probleme, die Cecilia mit Ria Grunewald hatte, niemand eher auf die Spur von Elektrosperdeus gekommen ist. Mittlerweile geht man wohl auch davon aus, dass ihr Mann, Polizist Andris Steyn, sehr wohl über ihre Involvierung in die Taten Bescheid wusste und gemeinsam mit mehreren weiteren Polizisten die Ermittlungen in eine falsche Richtung gelenkt hat. Ein Verfahren gegen ihn und die betreffenden Kollegen läuft noch, doch derzeit streitet er alle diese Anschuldigungen ab. Offenbar hat Cecilia bereits lange vor ihrer Elektrosperdeus-Zeit versucht, auf andere Menschen Einfluss zu nehmen. Im Jahr 2008 gab es in Südafrika einen schrecklichen Vorfall, als der 16-jährige Morne Hamse einen Mitschüler mit einem Samurai-Schwert tötete und zwei weitere Schüler schwer verletzt hat. Für die Tat hat er 20 Jahre Gefängnis erhalten, aber er ist wegen guter Führung nach elf Jahren im Jahr 2019 entlassen worden. Berichten zufolge ist nun vor kurzem herausgekommen, dass der Junge in der Zeit kurz vor seiner damaligen Tat in engem Kontakt mit der wesentlich älteren Cecilia Stein war und er hatte auch ihre Handynummer gespeichert. Nach Cecilias eigener Festnahme im Kruger-Storp-Fall möchte er sich aber nicht über sein Verhältnis zu ihr äußern. Über die ganzen Vorfälle gibt es eine Fernsehserie mit dem Titel Devil's Dorp. Was sagt ihr zu den Taten von Cecilia Stein und ihrer Gruppe? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten, denkt auch daran ein Like dazulassen und falls ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen, bis gleich! Bis zum nächsten Mal.